Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin es wieder, euer Alex und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. In diesem Video geht es weiter mit der Videoreihe von Amazon, wo ich Schritt für Schritt zeige, wie du dir ein Verkäuferkonto bei Amazon erstellst, wie du alle Einstellungen triffst, wie du das Ganze rechtssicher machst und wie du deine Produkte bei Amazon verkaufen kannst. Im letzten Video habe ich schon bereits den Registriervorgang gezeigt. Falls du das nicht gesehen hast, gerne hier unten in der Videobeschreibung nochmal anschauen. Ansonsten geht es hier mit diesem Video weiter über die Rechtstexte, wo wir diese in den Einstellungen treffen können, um hier unser Verkäuferkonto bei Amazon rechtssicher zu machen. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei, denn dieses wird ein sehr wichtiges Video. Ja Freunde, wie am Anfang des Videos angesprochen, geht es heute um ein sehr wichtiges Thema und zwar geht es um die Rechtssicherheit. Denn vor allem bei Amazon sollte man hier von Anfang an alles korrekt machen, um hier nicht kostenspielige Abmahnungen zu kassieren, die gleich mehrere tausend Euros kosten können und das vor allem am Start. Das wünsche ich wirklich keinem, denn dann ist man ganz schnell in den Ruinen und gibt auf. Und wir wollen hier nicht aufgeben, wir wollen hier Schritt für Schritt diese Anleitung durchführen und ich möchte dich hier begleiten auf dem Weg und dir zeigen, wie du es von Anfang an am besten auf perfekte Art und Weise machen kannst. Und falls du das Ganze nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne den Kanal direkt jetzt, drück auf die Glocke, so wirst du über jedes weitere Video benachrichtigt und kannst hier dein Kanal und dein Verkäuferkonto Schritt für Schritt vervollständigen und alles korrekt machen. Und wenn dir dieses Format gefällt und dieser kostenlose Content, den ich hier für dich biete, gefällt, dann gib dem Video gerne ein Like und das motiviert mich für viele weitere Videos und kannst somit die Community stärken und wir werden immer mehr und können uns gegenseitig unterstützen. So, ihr seht es schon, ich bin hier auf meinem Seller-Konto eingeloggt und ihr seht es hier, wir haben schon einige rote Zeichen, das bedeutet, wir müssen dieses Konto noch vervollständigen, denn doch das werden wir uns heute nicht anschauen, das werden wir uns beim nächsten Video anschauen und werden heute auch nicht das Seller Central anschauen, welche Optionen es hier gibt, was hier eigentlich alles in den Menü-Kategorien ist. Nein, wir schauen uns wirklich heute die Rechtstexte an und wo diese eingestellt werden und dazu geht ihr einfach hier auf das Zahnrädchen und drückt ihre Informationen und Rechtlinien und da klicke ich jetzt mal drauf und ihr seht es hier, haben wir dann eine Seite mit verschiedenen Reitern, wir haben hier Impressum und Info zu Verkäufer, Firmenlogo und so weiter und so fort, das Ganze werden wir jetzt Schritt für Schritt vervollständigen. Ich werde euch die Rechtstexte natürlich zeigen bzw. nicht direkt an die Hand geben, sondern ich zeige euch, wo ihr diese rechtssicher bekommt, aus erster Hand natürlich und für euch angepasst. Das ist das Wichtigste, diese werden individuell für euch generiert mit euren Daten, mit euren Anpassungen, so wie ihr euch hier gestaltet und was ihr hier bei Amazon auch verkaufen möchtet. Und da ist eine klare Empfehlung natürlich Händlerbund. Geht auf jeden Fall unten über den Link in der Videobeschreibung. Das ist mein Partnerlink, ich werde eine kleine Provision bekommen. Ihr macht was Gutes für mich, ich mache hier kostenlosen Content für euch und dementsprechend habt ihr hier noch einen weiteren Plus, wenn ihr über den Link hier klickt, dann bekommt ihr hier nämlich für jedes Paket, was ihr hier habt, drei Monate kostenlos bzw. gratis. So und ihr seht es hier, wir haben hier vier Pakete. Es fängt hier mit der Basic-Version an, mit dem Basic-Paket für 8,90 Euro pro Monat. Das kann sich definitiv jeder von Anfang an leisten. Wir haben hier Rechtstexte, die rechtssicher sind und dann auch ein kostenloser Update-Service. Das heißt, die Rechtstexte werden jedes Mal aktualisiert. Ihr werdet eine Nachricht bekommen, falls sich was in den Rechtstexten oder in der Rechtslage ändert. Und dann könnt ihr das dementsprechend direkt anpassen. Premium habt ihr hier nochmal weitere Sachen, wie zum Beispiel auch hier 10 Mails, die mit Rechtsberatung in Verbindung stehen. Und dann habt ihr natürlich das meistgebuchte Paket Unlimited, was ich selber auch nutze für 49,90 Euro im Monat. Ist natürlich jetzt sehr happig vom Preis her für jemanden, der gerade startet. Aber falls du direkt viel Kapital in die Hand nimmst und hier was Vernünftiges aufbauen möchtest und kannst, dann würde ich dieses Paket empfehlen, denn da hast du natürlich super Service. Besonders hier diese kompetente Rechtsberatung. Diese habe ich selber schon so oft genutzt. Und mir wurde hier sowohl am Telefon als auch per Mail direkt geholfen. Und direkt kannst du Fragen stellen und das hat keine Zeitlimits oder so. Du kannst wirklich vernünftige Gespräche führen, telefonieren, um alle Fragen zu klären, die für dich wichtig sind. Und das kann produktspezifisch sein. Das kann auch auf den Shop sein. Das kann überhaupt irgendwelche Rechtsgrundlagen sein, die du einfach erfahren möchtest, was dein Produkt angeht oder allgemein. Das Ganze, wie gesagt, hier in diesem Unlimited-Paket. Dann gibt es noch ein weiteres Professional. Das ist natürlich dann komplett umfangreich. Wir haben hier noch Unterstützung bei Amazon und Ebay durch Kontensperrungen. Das ist auch noch beinhaltet. Aber bei Unlimited ist natürlich auch sowas wie internationale Rechtstexte dabei in acht verschiedenen Sprachen und vieles mehr. Wir haben hier noch eine weitere Aufgliederung, was da überhaupt alles dabei ist. Aber für den Anfang, falls es dir jetzt nicht wichtig ist, dass du eine Rechtsberatung brauchst, wobei ich das schon sehr wichtig finde, dann reicht natürlich die Basic-Version für den Anfang. Du kannst das Ganze selbstverständlich in der Zeit immer nach oben stufen, also upgraden. Und falls du beispielsweise auch wirklich einen Abmahnfall hast, dann kannst du hier das Ganze direkt nach oben stufen auf ein Limited. Und du wirst direkt hier durch Händlerbund vertreten, durch einen Anwalt, der für dich dann tätig wird und vieles mehr. Wie gesagt, informiere dich mal darüber. Schau dir das Ganze hier an, was für dich wichtig sein könnte. Du bekommst hier, wie gesagt, durch meinen Link, über meinen Link drei Gratis-Monate von Anfang an und bist hier richtig auf der sicheren Seite. Wie man jetzt die Rechtstexte richtig generiert, um diese hier dann im Seller-Center-Konto einzufügen, das habe ich bereits in einem Video zusammengefasst. Das findest du oben in der Videobeschreibung, beziehungsweise da unten in der Videobeschreibung oder oben in der Infobox. Und dann siehst du das Ganze. Da gibt es tatsächlich auch noch ein altes Interface, so ein Dashboard. Im Grunde genommen aber trotzdem einstellungsmäßig alles das Gleiche, wie du das für dich einstellst, was du beachten musst und so weiter. Schau es dir, wie gesagt, da an. Wir gucken uns jetzt an, wie wir das Ganze hier im Amazon Seller-Center-Konto einfügen. Und zwar beginnen wir mit dem Impressum. Das Impressum wird ganz einfach hier eingefügt. Und zwar, wenn ihr das dann generiert habt, fügt ihr das hier mal an. Ich habe das provisorisch mal mit Mustertexten genommen und füge das hinein. Und dann natürlich hier auf Häkchen setzen und alles speichern. Das Ganze wird, wie gesagt, vielleicht verzögert innerhalb von zwei Stunden dann angezeigt. Aber solange ihr keine Produkte online habt, was ich euch natürlich empfehle, bevor ihr überhaupt Produkte einstellt und so weiter, definitiv erstmal Rechtstexte festlegen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann übermittelt ihr das Ganze, ja. So, dann kommen wir zum nächsten. Ein Firmenlogo. Muss nicht, aber kann. Sieht natürlich schön aus. Das wird nachher da in der Information beim Verkäufer stehen. Da habe ich auch so ein Standardbild mal genommen. Ihr seht es hier, die Größen 120 Pixel mal 30 Pixel Höhe sind maximal. Und hier müsst ihr dann mal schauen, dass ihr hier die vernünftigen oder die richtigen Formate nehmt. Auch das können wir dann speichern. So, dann kommen wir zum Widerrufsrecht. Auch hier ganz einfach, wie in dem Video erklärt, was ihr unten findet, was ich schon bereits angesprochen habe, generieren. Das wird eins zu eins, beziehungsweise speziell für euch angefertigt, sodass ihr dann festlegen könnt, wie viel Widerrufszeitraum habt ihr. Ein Monat, 14 Tage oder länger, ja. Das wird dann alles drin stehen und eure ganzen Rücksenderadressen und so weiter wird alles übernommen, speziell für euch generiert und hier dann dementsprechend einfügen. Hier könnt ihr noch ein Foto hochladen, zum Beispiel von einem Rücksendietikett, so eine Vorlage, Standardvorlage oder irgendwas, was der Kunde ausfüllen muss oder so. Könnt ihr hier auch soweit zur Verfügung stellen und das Ganze dann soweit auch dann übermitteln, mit dem Häkchen natürlich gesetzt. Kommen wir zum nächsten Reiter, auch hier Versand. Versandbedingungen, Versandkosten, wie sich das Ganze staffelt und so weiter. Auch das könnt ihr hier alles einfügen und dementsprechend hier korrekt festlegen, um den Kunden schon vorab zu informieren. Nicht, dass der Kunde sich später wundert und falls er sich wundert, könnt ihr immer sagen, hier bitteschön, das sind unsere AGBs, beziehungsweise unsere Bedingungen, die hier vor dem Verkauf festgelegt worden sind. Datenschutzrichtlinien, Richtlinien, das ist auch wichtig, natürlich auch hier ganz normal für euch generiert. Alles, was ihr hier festlegt, werdet ihr einfach mit Ja, Nein und irgendwelchen Häkchensätzen festlegen und dann wird der Text wieder generiert. Des Weiteren haben wir hier häufig gestellte Fragen, was wir auch machen können. Ist kein Muss, aber ist schön, wenn der Kunde schon vorab informiert wird, falls es schwierige Produkte sind, die ihr anbieten möchtet, wo häufig vorher Fragen sind, dann könnt ihr diese Fragen schon mal klären oder der Kunde fragt und ihr könnt ihn immer direkt auf diese Seite leiten, so dass er sich da informieren kann. Und dann ganz wichtig, benutzerdefinierte Hilfeseiten. Hier fehlen natürlich die AGBs, weil da kamen noch keine AGBs. Hier am Ende legen wir AGBs fest und diese können wir hier dann dementsprechend mit allgemeinen Geschäftsbedingungen festlegen und dann natürlich hier die ganzen Texte einfügen. Super wichtig natürlich hier, auch hier könnt ihr noch ein Bild hinzufügen, zum Beispiel irgendwelche Vorkehrungen bzw. das Batteriegesetz oder so. Da gibt es ja auch Bilder, da könnt ihr das hinzufügen und das anzeigen. Ich habe hier beispielsweise mal ein Profil rausgesucht von Cyberport, einem großen Online-Shop. Und hier seht ihr das, hier zum Beispiel bei den Geschäftsbedingungen, allgemeine Geschäftsbedingungen, haben wir zum Beispiel hier, was nicht in die Mülltonne gehört, das ist als Bild hinzugefügt und das Ganze könnt ihr hier dann dementsprechend auch so festlegen. Und wie gesagt, die ganzen AGBs werdet ihr dann hier festlegen können. Und auch das könnt ihr natürlich speichern und somit habt ihr hier eure AGBs rechtssicher. Wie gesagt, meine Empfehlung dazu ist Händlerbund, definitiv vor allem mit den Gratismonaten, die ihr hier an die Hand bekommt und somit habt ihr dann euer Konto rechtssicher gemacht. Falls ihr Fragen dazu habt, gerne unten die Kommentarfunktion nutzen. Ich werde so schnell wie möglich darauf eingehen. Ansonsten freue ich mich, wenn dir das Video geholfen hat, hilfreich war und du beim nächsten Video dabei bist. Falls es noch nicht geschehen, abonniere gerne diesen Kanal, so verfolgst du diese Schritt-für-Schritt-Anleitungen ohne Lücken und kannst hier up-to-date sein. Ich freue mich, dass du dabei gewesen bist, viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen und bis zum nächsten Video. Ciao.